Ein Glamour-Auftritt der Extra-Klasse! Beim Besuch der Pariser Fashion Week zieht Charlene von Monaco in schwarzer Spitze alle Blicke auf sich. Dass die Fürstin der Pariser Modewoche einen Besuch abstattet, sorgt für große Begeisterung und jede Menge Blitzlichtgewitter. Vor allem aber, ihr Outfit sticht besonders ins Auge. In einem schwarzen Kleid mit Rollkragen, Spitze und Lagenlook des Labels Acris, dessen Modenschau die 40-Jährige besucht, erscheint sie als Stargast. Mit dezentem Make-up, schlichter Frisur und ausgewählten Accessoires rundet Charlene ihren Look ab. Doch schaut man genauer hin, fällt auf, dass das schicke Designerkleid am Dekolleté nicht so richtig sitzt. Der feine Spitzenstoff wirft Falten. Doch dieses kleine Detail ändert nichts am wunderschönen Strahleauftritt der gebürtigen Südafrikanerin. Charlene's Leidenschaft für Mode wird hier wieder einmal mehr als deutlich. Nach der Monte Carlo Gala for the Global Ocean in Monaco ist auch dieser Auftritt der schönen Fürstin modisch ein absoluter Volltreffer. Und bei diesem Lächeln werden die Falten im Kleid doch sowieso zur Nebensache. Und bei diesem Lächeln werden die Falten im Kleid gestern. Untertitelung des ZDF, 2020